Willkommen zu einem weiteren Let's Play bzw. einen Letztest und zwar Dead Light. Wie man sieht, kann ich schon weiter auswählen, aber ich habe auch schon gespielt gehabt. Die erste Aufnahme davon ist mir abhandengekommen. Also muss ich nochmal von vorne anfangen. Ich war sogar nicht schlecht. Zwei von drei. Und derselbe Fehler wie vorher. Kein Ton während der Zwischensequenzen. Bescheuert. Mit X kann ich insolvieren. Mit A springt man, mit X interagiert man. Wie man sieht, sind das ja alles Zombies. Ach, da war Rennen, genau. Es tut mir leid, wenn das jetzt nicht mehr so... Hey, ich bin beim ersten Mal, was zur Hölle passiert hier eigentlich ist, aber... der Schraubpunkt muss sein, der letzte Straftat in all dem Pacific Northwest. Wer hier wirklich durch irgendeinen scheiß Zufall die Datei gelöscht hat. John. Hier oben war glaube ich sogar ein Geheimnis oder sowas? Nee... Das habe ich ja schon. Gedrückt halten! Der? Nee, doch nicht. Ich ducke nach unten. Hallo? 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 Das ist cool, weil die hier alle verrecken. Zum ersten Mal habe ich mich auch erschrocken. Da habe ich mich erschrocken, als die Zombies noch runterfielen. Weil da kommen noch ein paar. Ouch. Lift Trigger. Oh, hi, Zombie. Tschüss, Zombie. Hier geht es weiter hoch. Von rechts kamen sogar noch Zombies, habe ich jetzt gerade gehört. So. Also wie man sieht, ist das ein 2D-Sidescroller. Man hat wieder dieses typische, sage ich jetzt mal, Zombie-Gewussel. Aber auch mit Parcours-Eigenschaften. Neat. Ben und die anderen haben es geschafft. Sie verdienen besser als diese Welt. Da habe ich von dem ersten Mal so verkackt, weil ich statt den Right-Trigger den Right-Bumper gedrückt habe. Brützel. So, einfach kann man den Strom ausschalten. Ich finde aber auch, dass das Ganze cool aussieht. Boom. Hier werde ich jetzt nicht versuchen, rüber zu springen. Das hat mir letztes Mal Leben gekostet. Da war jemand. Hell is other people. If you wish another to keep your secret, first keep it to yourself. The Inferno begins here. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Headshot. Der leuchtet aber noch, das heißt, ich kann ein zweites Mal haben. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Randall kann nicht schwimmen, gehe daher nicht ins tiefe Wasser. Dieses typische Hater-Hop-Charakter ist super in allen möglichen Sachen, aber er kann nicht schwimmen. Das ist doch sowas von für einen Hintern. Da unten sind Leichen drinne. Ich würde ja jetzt sagen, komm, ich wette, dass sie mir gleich folgen, aber ich weiß, dass sie mir gleich folgen. Die stehen jetzt nämlich alle gleichzeitig auf. Randall wird von dem Wasser behindert und diese verdammten Zombies nicht. Das ist so unfair. Und dieses Spiel hat Frame eigentlich hier. Was ist das, ein Heal-Kit? Interstate 5, 4. Juli, 1986, 15 Uhr. Okay, Secrets, die ich aufgesammelt habe, kann ich nicht mehr aufsammeln. Wie komme ich jetzt? Ah, einfach nur A-Drücken statt... Irgendwas anderes hat letztlich... Da hängt wer im Auto fest. Du hast fast keine Ausdauer. Ja, ja. Okay. Das Spiel sieht einfach nur fantastisch aus, muss man auch sagen. Ausgetrickst. Das ist so stumpf eigentlich. Ich habe einen Feuerwehrbeizung gefunden. Da ist der Kopf mit abgegangen. Danke, buddy. Wenn man sich fragt, ich spiele es derzeit nicht mit Maus und Tastatur, sondern... Ja, no time to waste, aber ich muss erstmal den Zombie abwarten. Ich spiele es mit dem Xbox-Controller, oder? Dass es irgendwie angenehmer ist. Zack, tot. Double? Ich glaube nicht. Oh, da war das letzte Geheimnis. Ja, toll. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Da war irgendeine Stimme. Okay, das war jetzt doch knapper, als ich erwartet habe. So ein bisschen so schön doof. Ich habe trotzdem nur noch ein Leben. Ich bin... Oh, das hat, das war. Shit. Oh, shit, das sind auch oft. Das hatte irgendwie was. Fliegender Abklatsch. Stuhlige Schatten. Ich kann etwas hören. Ich verstehe nicht. Schon wieder. Ja. Ich hätte einfach durchrennen sollen. So, jetzt. Ja. 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 Britzen, Britzen Crunch Spätestens jetzt erkennt man, dass ich das schon mal gespielt habe Weil ich schon weiß, was ich machen muss Oh, beim ersten Mal musste ich hier erst mal 15, 10 Minuten dransitzen, damit ich wusste, was passiert Beziehungsweise was gemacht werden muss So schrecklich Da ist ein Auto Da war ein Auto Ich hoffe, die Versicherung zahlt dafür Eigentlich sollte ich da runterfallen Eigentlich sollte ich nicht da drüber springen Ab jetzt ist alles für mich Neuland Mario und Rebell Die Stadtrand von Seattle Habe ich das Viech gerade geköpft Don't lose your head Gegen eine Wand zu springen und einen Wandsprung rauszuführen Cool Boah Jump Nicht zuvor absprungen Ah, perfekt Oh Oh Oh, das ist neu Moment Bevor ich hier rechts weitergehe Hier gibt es doch bestimmt irgendwo Geheimnis, oder? Ja Eine kopierte Seite aus einem alten medizinischen Bibel wird markiert Mit Körperflüssigkeiten Ich hätte früher anfangen sollen zu lesen Ach So manches Mal denke ich mir auch Was bist du für ein Let's Player, der nur nicht mal zwei Sachen gleich sehen kann Eww Musikbox Eine Musikbox, die einhert mich an meine Vergangenheit an Eine vergesse Zeit mit meiner Frau und meiner Tochter Was? Wie? Oh Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch Aber warum Zörner sind eigentlich die Seiten aus seinem Tagebuch verschwunden? Hat er irgendwas mit dieser ganzen Epidemie zu tun, oder so? Oh Oh Gott Mad kid In die Army now Oh Oh Ich hab den 83er gefunden 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 Ich hab ihn mit dem Ich werde das Ich habe den 84er gefunden Look at that, Ben. Well done, Comrade. Now you have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. Ja, und wie schieß ich auf die Dose? Ah, unten rechts. Okay. Der will aber nicht schießen. Was zum... Neuladen. Da hat sich irgendwas aufgehangen. We shot at anything and everything. But the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carried in the mountains. First, you need to load it. The key resides in being quick. Like those guys in the casinas with cards. Quick fingers. Soft hands. Practice makes perfect. What do you think of that, Ben? Well done, Comrade. Now you have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. Trotzdem schießt der nicht. Was zum... Ah! 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 I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Take the shot, Randy. Let's do right by the poor soul. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Hab ich doch. Ah. Okay. Man muss mit dem rechten Stick noch zielen. Oh Gott. Ich schloss. Ah, wahrscheinlich hier oben. Oh Gott. Klatsch. Wie viele Zombies hat das angelockt? Gar keiner? Es klingt nicht gut. Ich schloss. Ich schloss. Ich schloss. Ich schloss. Cheat. Hate Sprung. Noch ein medkit. Irgendwas. Oh, da oben, da oben. Was gibt's hier noch? Oh, Elbert Tools. Ich tue es. Ich könnte es unterhalten. Ich könnte es unterhalten. Aua. Eine Verzweiflung von preisem Wasser. Aber ich muss meine Freunde, meine Familie finden. Das Feuer sollte jetzt raus sein. Warum wundert mich das nicht? Jump. Klatsch. Haben wir noch welche? Nein. Eine Beschwerde an die Polizei von Seattle. Daran werden die Behörden vor den andauernd Drogen eines Nachbarn aus dem dritten Stock gebeamt. Okay, war schon tot. Beim nächsten Speicherpunkt mache ich die Maus. Da ist ja nur ein letzter Test werden sollte. Einer. Der Controller ist ausgegangen. Upsi. Ich sollte die Akkus wirklich mal aufladen. Ich will die Freaks auch. Total. Und das ist ein準stersterster. Wird die bla zu machen verwelt Livest. Ah Summer. Ich kann da zu machen. Und schaucer ist genau aufgereicated... Ich glaube, was es proteins, dass мама利Johnschule alle anderen Angst jetzt Ermplement? Also mussten auch so sein. W landsquetig. Ich bin tief inookiger Moment. Was muss ich jetzt machen? Ich muss nicht zu weit springen Wir haben vorhin noch von walljump erfahren Je mehr da drauf gehen, desto brüchiger wird es Hallo! Was ist auf der anderen Seite? Wahrscheinlich gerade gar nichts, noch nicht mal ein Geheimnis. Da ist ein Geheimnis. Ein Testament geschrieben von einem der Bewohner des Apartmentblocks. Hier steht unter anderem, dass er beschlossen hat, den Boyler des Hauses in die Luft zu jagen, um all seine infizierten Nachbarn umzubringen. Und das nenne ich radikal. Ich sprung! Ich höre einen Heli. Ich bin jetzt am Helikopter, zu meinen Freunden! Oh! Das tut weh! Wo ist der letzte Speicherpunkt? Jetzt! Wahrscheinlich genau da oben. Jo! Damit nehme ich dann auch die Möglichkeit. Das war ein kleines Let's Test. Es macht Spaß, das Spiel! Vor allem mal drüber nachzudenken. Wie mache ich das jetzt eigentlich? Und da 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 da! Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von dem Spiel und von dem Let's Test einfach nur, dann schreibt es mal in die Kommentare, lasst ein Like da, Dislike, wie auch immer. und das war es eigentlich auch schon bis zum nächsten Mal mit eurem Kersat